19 In der Küche Hast du eine neue Küche? Was willst du heute kochen? Was willst du heute kochen? Kochst du elektrisch oder mit Gas? Soll ich die Zwiebeln schneiden? Soll ich die Zwiebeln schneiden? Soll ich die Kartoffeln schälen? Häl, achselu الخas? Soll ich den Salat waschen? Soll ich den Salat waschen? Wo sind die Gläser? Wo sind die Gläser? Wo ist das Geschirr? Wo ist das Geschirr? Wo ist das Besteck? Wo ist das Besteck? Hast du einen Dosenöffner? Hast du einen Dosenöffner? Hast du einen Flaschenöffner? Hast du einen Flaschenöffner? Hast du einen Korkenzieher? Hast du einen Korkenzieher? Hast du einen Korkenzieher? Hast du ihn mit dem Korkenzieher? Hast du einen Korkenzieher? Hast du das Gemüse auf diesem Grill? Hast du das Gemüse auf diesem Grill? Ich decke den Tisch. Hier sind die Messer, Gabeln und Löffel. Hier sind die Gläser, die Teller und die Servietten. Hier sind die Gläser, die Teller und die Servietten. Hier sind die Gläser, die Teller und die Servietten. Hier sind die Gläser, die Teller und die Servietten. Hier sind die Gläser, die Teller und die Servietten. Vielen Dank.